Hallo und herzlich willkommen in meinem Kanal EFT mit Heike. Hier zeige ich dir EFT-basierte Klopfakupressur, mit der du emotionale Blockaden, behindernde Glaubenssätze und negative Gedanken einfach auflösen kannst oder zumindest lindern. Ein Traum? Nein. Ich habe es selbst erleben dürfen. In 2023 war ich vollkommen am Boden zerstört. Eine Trennung, eine schwere Diagnose noch obendrauf zu den Dingen, die ich sowieso schon hatte und ich wusste nicht mehr weiter. Ich war vollkommen am Ende aller Kräfte angelangt und resigniert. Ein dreistündiges EFT-Coaching hat mein inneres Erleben komplett gewandelt. Von Hoffnungslosigkeit mich aufgegeben haben und Resignation hin zu Freude, Leichtigkeit und Lebensmut. Kaum zu glauben, meine Geschichte. Ich erzähle sie dir auch in diesem Kanal. Meine Videos sollen dich unterstützen, diese wundervolle Selbsthilfe-Methode für dich daheim anwenden zu können. Dies ist mein Geschenk an dich. Ich hoffe, du bist erfolgreich beim Klopfen und lässt dich von meinen Videos inspirieren. Teile gerne den Link zum Kanal und schenk mir ein Abonnement. Es würde mich sehr glücklich machen. Liebe Grüße und herzlichst Heike Ich hoffe, du bist erfolgreich beim Klopfen und schenk mir ein Abonnement. Ich hoffe, du bist erfolgreich beim Klopfen und schenk mir ein Abonnement. Ich hoffe, du bist erfolgreich beim Klopfen und schenk mir ein Abonnement.